Run Ich hab's halt einfach mitgenommen für Schrottes Loch Popsiges Labyrinth, cool Warum lässt du's mich nicht aufgeben? Da wird immer mehr Geld dran Warum gehst du nach oben? Ich will nach unten, guck mal Au Na komm runter, wenn du es aufgeben möchtest Ich guck, ob das jetzt halt wirklich beeinflusst oder nicht Ah ja, 140 statt 100 Bist du dir auch sicher, dass das 140 ist? Es könnte auch sein, dass es normal 140 ist Okay, mach mal so Ich heb ein bisschen was auf, 140 und jetzt hebst du den Rest auf Okay Guter Tim, das ist gut getestet Au Ich hab versucht auszuweichen, aber es funktioniert nicht Ich hab dich beschützt, Tim Danke Brauchst du auch meistens Wo du selber dann da reinläufst War mir nicht da da unten schon? Ja, von da kamen wir, Tim Ja, ich musste mich nur noch mal orientieren Deine Orientierung wurde getrübt, nicht wahr? Batman hat auch so seine Schwierigkeiten mit dem Alter Ich bin Batman Ich bin Batman Der erste Schritt befindet sich südlich von dort, wo euer Reise begann. Der zweite Schritt befindet sich direkt im Westen dieser Kammer. Und was ist hiermit? Der erste Drachenblut. Finden die Schlüsse für versteckte deiner Welt und die Schätze dieser Kammer gehören euch. Ah ok. Ok. Wo wir herkommen? Wo waren das? Das war doch hier unten und... Hier. Nein. Nein. Weiter unten. Viel weiter unten. Hier. Da unten. Siehst du das? Ja. Dann können wir schnell mal beim Zauberauf vorbeigucken. Ja und unsere Hauptquests-Arbeit machen. Wir sind Level 80. Nein. Nein. Hauptquests. Der benötigt das, ne? Ja. Das ist noch heute auch ein Maximalerwerb. Ne. Das ist dumm. Aber wir haben doch noch mehr Missionen, gell? Ja. Wollen wir bitten wir haben noch schon viele hier vergessen irgendwie. Ja, ja, jetzt kommen wir ja später mal. Ja, wann fährt meine Hand ab wahrscheinlich. Wenn Jesus auf dem Wasser laufen kann. Da waren wir schon, Tim. Wenn Jesus auf dem Wasser laufen kann. Dann kann er auch auf Land schwimmen. Ja. Und wenn Menschen Chemie mal lernen würden, würden nicht solche wie Karens entstehen. Fast geschafft. Du bist da rein sofort. Natürlich. Nächsterum ist der ganze Weg hier runtergerollt. 100% hier. Oh. Äh. Wie ist das. Ist das. Ist doch viel zu einfach. Irgendwo etwas aufgespielt wird. Ne. Nur so war es einfach. Wann ist ja vielleicht doch schon mal was? Also, wie, will man nuns eigentlich betrügen, hier ist noch mal was? Kevin hat's nur mobil. Ne. Glaube ich nicht. Jetzt muss man doch komplett hochgehen Nein, wir wollen Magie verbessern Ah boah! Ja stimmt, war ja was Du hast das vorgeschlagen, aber ich merke es nicht Ey da oben Oh! Halt da oben hin! Ja, wir wollen das schon... Das sieht ja easy aus Oh, ich klaue ein Geld pro Angriff Wirklich? Oh, geil Du bist jetzt die Farmmaschine Ein Geld Pro Angriff Ja, dauert doch nur ein bisschen 9.999 Angriffe Das sind 9.999 Geld Gib mir erstmal das wieder Dann gib mir auch Das ist Magie Stem Kannst du grad nicht klaudern? So mit deinem Gehirn Das ist Rüstung Warum nimmst du Magie? Trotzdem macht mir Rüstungswert Nein, hat es nicht Welche dann? Ja, das ist da Das ist da Das ist da Das ist da Was mir noch Minus 30% Gesundheit noch gibt Ja Ich weiß nicht, wo das Problem ist Das ist da Ja genau, ich wollte ja mal hier die Combo angucken Wie viel Schaden mache ich? Ja? Hm? Schaden? Ja, Schaden Aber auch wirklich jetzt Keine Ahnung, dem hat es mich getroffen Au, 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 au Au, au Warum machen die Frenzen den Dingern mehr Schaden? Au, diese macht gegen unsere Angriffe Schaden Weil es eine Challenge geben muss, oder nicht? Nein Ich möchte ganz gerne durchrennen und alles runter Bin ich gewöhnt ausspielen, die Spieler Ja, das sind aber ganz schön scheiß Spieler Oh Darkseid Ah, guck! Noch Hm Ich hab gehört, Rüstung ist toll Warte mal, ich hab die ja an Oder? Die hab ich an Warte mal, ey Ey Das sind doch plus 93 Junge Möchtest du die anziehen, oder was? Zufällig Okay, dann nehm ich ein andere Bestmann Okay Yay, 25 Und der Foto aus dem PS Machen Warte mal, wolltest du nicht noch weitermachen? Wieder gucken Also nicht okay Nee Nee, nee Verhalte ich die erstmal an Ach man Du bist drin Na, oben noch die 20.000 Gegner Oh, ich seh's schon mal Ah, schau Eieieie Ich bin dumm Ich bin dumm Was hast du denn? Oh, Tim Was denn? Oh, hast du die alle zusammen gepugelt Erstmal, dass ich Freizeit habe Auf Andererseits Weil ich grad nicht überlegt habe Neee Das war doch eigentlich schlau, Mann Ich seh's auf jeden Fall das Schlaue Ich komm jetzt alle hinter dir her Und du kannst dich noch nebenbei angreifen Ich hätte vielleicht doch die Baudenrüstung nehmen sollen Mit mal ne Renovation Ich mach dann die Magie einfach Ja, mach das Ach, das wird jetzt ganz mies Oh, oh Hilfe, Hilfe 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 Alles nur, weil ich wenige Verteidigung habe Verteidigung, das ist dir scheißegal Ich hab den ersten tot Ich hab den zweiten Magier tot Okay Jetzt sinds nur noch die hier Hä, ich bin nach oben gest... Warum klappte das nicht? Oh Oberkombier Macht super viel Schaden Ja Ich stehe dir vor, ich würde den Magier Magischen Schaden auf meine Rüstung haben Warum... Ich drücke nach oben Entweder hab ich einen Schaden oder... Spiel Also du hast einen Schaden in meiner Meinung nach Und du hast einen Schaden in meiner Meinung nach Das war die falsche Fähigkeit Das war die falsche Fähigkeit Ja hab ich gesehen Ja hab ich gesehen Nein Ja ich... Kevin Ja, toll Oh, warum hast du mich so schnell heilen können? Ich komm mal weiter weg Das ist dein Auftritt Geiler Scheiß Besiegt Easy, nicht wahr? Ja Geil Äh, man, ich hätte die müssen beiteln sollen Oh, was bringe sie dir? Magischen Schaden Scheiß doch mal an Wie viel Schaden machst du jetzt? Zufällig 86 Und habe... Warte, wie viel Rüsten habe ich? Oh, nur 261 Mehr als ich Ich bin der neue Tank Guten Tag Hey, mag ich das? Dann habe ich verlaufen Kann ich deine Nummer haben Ey, guck mal, wo wir hier sind Ja, guck mal Schwache Gegner Normale Gegner, woher? Schwach sind sie jetzt nicht, die sind halt einfach Standards Boah Ich kann ja nichts sehen, das ist auch cool Du kannst 1.000 Schaden machen Warum machst du das? Ja, ich mache 1.400 noch was Ja, ich mache einfach immer mein Portal nur hin Und du machst den Rest Ja, liegt halt darin, dass die halt Skletkiger sind Die sind halt hier schwach gegen... Oh, guck mal, der hat 100 Ja, das sagt mir, dass ich das hier nicht machen möchte mit dir Ach so Das ist dein Mood und unser Schatz wird daheim Schau mal unten Ich habe kein Mana, fällt mir gerade auf Ich habe kein Nebel, fällt mir gerade auf Gut Heiler, Heilung, Heilung, Heilung Oh Gott Oh Gott Oh nein Ähm Ich weiß, du magst die Idee nicht, aber ich mache einfach mal das Nee, ich finde das so gut Solange es keine Fernkämpfer sind, ist es eigentlich super gut Ich weiß Wie viel mache ich mit einem an? Kann der erstmal egal sein, glaube ich Gott, wie viel rennen die denn eigentlich? Brennt Brennt Ja, ist doch so Ist doch Alter tot Level 8 Cool, Level 8 80 Kommen her Oh, oh, doch Du hast das letzte ist ein Boss Kleine Fernkämpfer Und? Boss? Hast du da Fernkämpfer? Hast du da Fernkämpfer? Hast du da Fernkämpfer? Ja, die dritte ist echt einfacher als die zweite, aber da kommen wir mal keinen so Oh, oh, Tim, das gibt mir aber... I don't like this Gehen nieder, gehen nieder Auch, äh, auch Ehrlich? Ich bin One-Hit, man Also, ich bin, wenn ich nicht volles Leben habe, One-Hit Natürlich Von allen Vor allem Oder Ich bin einer Wittin Bittin Das ist Das ist Ich, das ist der rost fuck ich bin los was ich verpasst komm her tötet ihn nicht tötet ihn nicht damit ich heilen kann richtig er ist der beste vielleicht kriege ich es noch zusammen einmal ok wissen wir nicht letzte Fälle ok letzte Fälle oh gott nicht diese Typen doch diese Typen an Scheiße au au wow komm MMP schaff es was tut das Spiel wenn ich da drücke ja ähm ach du bekommst ein mehr pro regenerierten Mana oder wie ja was hast du gedacht ein Passiv nein es ist einfach mal noch ein Geschenk sonst hält sich das die ganze Zeit da sonst hält sich das die ganze Zeit da nicht nicht wenn du nicht raus dann r ja und hier ein k das ist das ist ein Okay, ich bin dort! Also ungünstig. Oh du, das finde ich ganz klar. Ganz klar. Okay, wenn du... Und ich lebe sie. Ja, zunächst sind wir zu zweit. Das ist die letzte Welle, Mann. Die letzte Welle. Ich weiß. Die letzte Welle. Die Welle. Shut up und hör auf zu singen. Ich hab keinen Mana. I want to die. Der erste ist tot. Hi. Ja, Teamarbeit. Hey, es war ein bisschen Teamarbeit. Okay? Ich hab dich wiederbelebt. Und dann hast du angegriffen. Ah, cool. Uh. Spielt Leben. Alter, das ist wirklich gut. Das könntest du nehmen. Dann könntest du das überleben. Nehm ich glaube ich sogar wirklich. Also guck doch mal 7000 Leben ab jetzt. Ich hab auch 7200. Nein, eigentlich ja nicht. Ja, nur 3000. Nö, ich hab 7000. Da. Ich hab keine 3000. Ich hab 7000. Ja, 7000. Weil ich halt nix habe, dass mein Mana weg... äh, mein Leben wegnehmt. Und hier... Doch, Stäbe. Herr Pirn, doch oder nicht? Ah doch, ja. Ah, ich... Wir vergessen. Warmen... Daumen... Egal. Fluff. Moment, ich hab Lifestil. Oh, 26. Super viel Lifestil, ich seh's. Und ich guck. Not manchmal. Ah, scheiße. Ich hab nämlich nicht mehr gesehen. Ich bin nicht mehr. Warte. Zählt der Lifestil auch sowas? Ne, nur dein Schwert. Warum hast du denn nicht eigentlich dein... schwarzes Loch genommen? Wurde. Testen. Ja, aber eigentlich war es ja klar. Ah, wow. Stell dir mal vor, wo du jetzt... ...Makila ist, die. Hm, ich bin Profi. Ach, klar schon. Yeah, ja. Wo sind die Magier? Ah, hier unten. Guck mir. Ich hab mir gerade einen Leber. Ah, okay. Willst du deine Magie verbessern? Ja. Wir haben... Was wollen wir denn? Verbessern. Junge, wir haben... 88.000. 58.000. Flammenschnurren möchte ich ein bisschen mal verbessern. Oh, Max ist schon. Wenn ich 14.000 lege, ist schon Max. Auf Level 10. Aber ich möchte hier... ...dass wir Max machen. Okay, mach doch. Ich geh. 105.000. Ah. 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 Ich glaube, das hätte nicht wirklich sein müssen, das, oder? Warte, komm mal hin. Komm mal hin. Leg dich mal hin. Leg dich 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 hin. Komm zu mir. Und heile mich. Ah. Okay. Verstehst nicht. Wahrscheinlich hat es so ein bestimmtes Level an Heilung. Und das macht es dann plus 150. Wäre natürlich schon ein bisschen OP. Ja. 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 Das wird dann... Ah, cool. Mana. Äh. Ja, ist dein schwarzes Loch. Ja, ist dein schwarzes Loch. Ja. Äh. Machen wir ja Level 5. Plus 10%. Und wie viel kann ich hier reinstecken? Ja, okay. Machen wir hier noch so. Ah. Okay, jetzt sind wir wieder arm. Ja. Und fein. Hey, da hinten ist was. Da hinten ist Geld. Ja, und hier ist auch noch irgendwie was. Oh, guck mal. Da oben. Ich weiß, wo wir hingehen. Ich auch. Übers Meer. Ganz normal. Geisigkeit. Geh über das Meere. Ach, hier waren wir auch schon. Ja. Cool. XP. Das war tier. Warum sollte ich hier lang... Weiß ja, hier ist noch eine Spur. Komm her. Ey. Warte. Wo ist meine Spur? So. So aus geht's. Keine Ahnung, was es dir bringt. Was denn? Folgmode hast noch. 6 XP. 6 XP. 7. Äh. Oh, wir wetten hier ist irgendwas mit... Hier mit der... Golden Thruhen. Sege... Was? Gender Protestmon. Das ist der... Gender... Gender Protestmon. Se... Ey. Das ist aber jetzt was anderes. Sege Grüß Spieler. Es ist gut, dass du uns gefunden hast. Wir sind die Gender Bros. Schöpfer von Cat Quest 2. Oh, cool. Aha. Darfst du's nicht? Ich kann es dir beweisen. Ich will für dich den einfachsten Auftrag aller Zeiten erschaffen. Sch... Hchhh. Ahhhhhhh. Geil. Ein... Seh ein... Sias. Oh Gott. Hat unsere Vorfügung der Macht dich beeindruckt? Nein? Hm. Ne, diesen nächsten Auftrag an wirst du sehen, was ich wirklich tun kann Für diesen Aktion, wenn all deine gespeicherten Daten gelöscht Tim Tim Oh, boah Ah, wir werden gespeichert auf die Sicht keine Angst, Alter Die Map wurde gedreht, oder? Ne, ist ja lustig Ne, die wurde verrückt Halt einfach deine Fressen und drück mir wieder den X-Knopf. Ich applaudiere deinen Mut-Spieler. Cool, wir haben 2 XP bekommen. Hat sich gelohnt. Nächster. D-X. Ne X-D. Du musst jetzt überzeugt sein, oder? Solltest du noch einmal in unserer Wacht? Nimm diesen nächsten Auftrag jetzt an. Oh, jetzt erlebst du was. Seht, ich habe vollkommen über die Musik. Null. Ja, wirklich. Und ich kann NSCS aus dem Nichts erscheinen. Hä? Was? Wo bin ich? Wo bin, steht da nur. Okay. Ha, bist du jetzt beeindruckt? Drei. Du hast, es gibt bestimmt 4er Minimum, oder? Das ist also Sinn, was wir tun können. Aber du bist immer noch nicht so klein. Solltest du es dann diesen letzten Auftrag anzunehmen, den wir dir anbieten? Ja. Geil. Aber guck mal. Ich bedrehe das zu sein. Wenn du überlebt, werden wir die ganz, etwas ganz besonderes geben. Uh. Wie heißt die sind grünter Insel 2? Uh, es müsste auch eins geben. Ja, bestimmt im ersten Teil. Ja. Ja. Das Streicherreich. Was? Wir haben es lange in diesem Spiel egal, dass du nicht beeindruckt bist. En garde. Ähm. Wir töten die Kunde einfach. Ja. Toll. Warum nicht? Oh Gott. Ja. Wird ein bisschen Schaden, ne? Die hält noch unendlich viel aus, ne? Sind auch Level 99. Ja. Ist gut. Okay. Der ist mal der Mut. Der. Die, 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 die. Das ist ganz mies. Au. Ich bin in die falsche Richtung gerollt. Ja, es ist gut. Nice. Spielen kann man. Was fällt denn ein, so viele Katzenlitz reinzumachen? Jetzt kannst du dich eigentlich rächen. Ja. Für das, was sie dir in deinem Gehirn angetan haben. Du musst, ich brauch ein bisschen XP. Ich brauch ein bisschen XP. Ha! Hefe ab. Oh. Cool. Geht's so rein. Das war nur 0,01,01. Hehehe. Als Purs in unserer Macht. Habe gut gemacht. Oh. Wir können jetzt die Truhen öffnen. Jetzt entsperrt deine Töne in dieser versteckten Höhe. Viel Glück, Spieler. Oder auch nicht. Oh. Und jetzt bist du... auf einer von uns. Oh, jetzt muss ich das annehmen. Ich wollte was Spaß mit Katja 2. Danke, dass du uns unterstützt. Gerne. Stell dir vor jetzt. Nee, wir können nicht. Schade. Verwach Turnpeline. Wirklich da weg Daher. Wirklich da weg. Jetzt gehen wir weiter.